Die Stiftung des US-Milliardärs George Soros will sich anscheinend nun auch in Deutschland engagieren. Nach massivem Druck in Ungarn war nicht nur die private Universität von Soros nach Österreich, sondern auch seine Stiftung Open Society Foundation nach Berlin umgezogen. Angesichts des Erstarkens der AfD in Deutschland sagte nun eine Direktorin seiner Stiftung, Wir schauen uns Möglichkeiten an, Akteure im Osten Deutschlands, die unsere Werte teilen, zu unterstützen. Der ungarischstämmige Soros fördert mit seinem Geld Bemühungen, liberale Werte und das Streben nach offenen Grenzen in Osteuropa stärker zu verankern.